Oh, yes, guck mal, jetzt Bonus. 8a, die Münze connectet aber nicht mit, sonst hätten wir mehr als 8 Spins gehabt, aber okay. Immerhin. Kann der Bonus auch mal 100x zahlen, ist die Frage, schwierig. Oh, 120 plus 8 Spins, nur mit einem 3er Multi, das auf einem 15er Multi wären 600 gewesen. Oh, what the fuck. Noch mal Re, noch mal 8 Spins. Guck mal, jetzt passiert hier mal was. 24 Spins. Jetzt passiert hier mal was. Schafft er 100x? Oder die Kiste im Bonus zu öffnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Nice. Ach, Scootabend wird unten schon übertragen. Guck mal, die kann auch mal zahlen. Wahnsinn. Oh, oh, wie viel Münzen der macht. Oh, nur auf einem 3er Multi. Oh, ja. Raven, 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 Raven. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Guck dir jetzt an. Guck dir jetzt an, wie wir jetzt hier grad 10.000 Euro gewinnen jetzt. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Egal, was ist. Stumm nicht. Oh. 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 Nicht spoilern. Egal, was ist. Stumm nicht. Ich hab gehofft, dass er wenigstens noch diesen Silbernen da hinkriegt, aber... Ja. Z, ja. Ja. Hm. Schade. Aber guck mal, die gibt unser Geld zurück. Weißt du, wie ich mein? Hm. Was krass wär, wenn du, guck mal, mit Multi sogar, wenn du im Bonus die Kiste öffnet, der Multi noch da aufgreift. Aber ist leider auch nicht so. Ja. Wenigstens gesehen. Aber guck mal, weißt du, wie ich mein? Die Animation ist geil. Oh, Digga, wie viele Münzen? 24! Oh, immer nur auf 3er Multi solche Connections. What the fuck? Guck mal, jetzt zahlt die Behinderteslot auch mal. Oh. Junge, das war gefühlt Vollbild Münzen. 4,20. Nur auf ein 3er Multi. Mann. Hätten wir da 15er Multi, also Connection vorher noch, wäre das ein 1.000x. Digga, die Slot kann zahlen. What the fuck? 4,20. 4,20. Komm. Wir haben sogar noch 5 Spins. Wahnsinn. Wir sind wieder auf 1.300 nach dem Bonus. Auf jeden Fall. Kannst du mal sehen. War die richtige Entscheidung, hier heute wieder rein zu gehen. Obwohl die so illegal ist, die Slot eigentlich. Aber. Heute zahlt die mal. 4 Spins noch. Und wir füllen die Kiste wieder, ja. Letzter. Aber hey. Schöner Hit. Bringt uns wieder hoch. Junge. Mit Jackpot Feature. 730. Ist in Ordnung. Ist stabil. Das ist schon brutal für die Slot. Die ist nämlich nicht so volatil, würde ich mal behaupten. Okay. 1.300 wieder oben. Gerettet. Ey. Sogar YouTube würdig, oder? Mit Jackpot Feature. Für die Slot. Hammer. 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 Ja. Gut. Aber dann, glaube ich, geben wir auf, oder? Dann sagen wir goodbye zu der Slot. Danke, dass du unser Geld zurückgegeben hast. Ja. Aber mit zweimal Verlängerung in den Fall spielen. Oh! Back to back. Guckst dir an. Jetzt mach, Alter. Machs einmal. Einmal. Einmal im Leben. Komm. Gib einfach. Grand. Jacktaus. Gib einfach 10.000. WTF. Bitte. Ich bitte. Ich bleh dich an. Mh. 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 Schade. Kann auch gar nichts kommen. Nee, du hast immer garantiert den Minor. Ja. Aber das ist immer so. Das ist immer ähnlich das Script. Die erste Truhe brauchst du so 500 Münzen. Guck, jetzt haben wir 20 Münzen danach gesammelt und wieder Jackpot Feature. Das ist sehr oft so. Ja. 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 Ja.